Barock is back, Volume 1. Spaß mit Methode lautet unser Motto bei diesem Playalong. Bekannte barocke und klassische Kompositionen wurden nicht nur in traditionellen Arrangements, sondern auch in ein modernes Gewand gepackt. So haben sie eine Vielzahl an Stücke nicht nur in zwei Tembis, sondern auch in verschiedenen Musikstilen. Zusätzlich erhalten sie zu allen 24 Stücken eine Klavierstimme. Viel Spaß beim Musizieren! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020